Die Klamotten Weil ich ein Pimmel wie ein Pony habe Weil es nur zwei Menschen gibt, die einen tödlichen Pass aus dem Fußgelenk spielen können Der eine ist tot und ich anstramm zu dünnen Und ich finde es besonders gut, dass die Menschen so viel Verständnis haben Auch für heftig Soll ich Wasser oder was? Weil ich hier in aller Ruhe mein Studium durchziehen kann Weil auch ich als Handballer führen, wer es vor ein Tor schießen darf Weil man hier mit Schmuddelfilm eine Stange Geld verdienen kann Weil wir die schönsten Haare haben Und außerdem kann ich mit der Frisur hier auch mein erster Vorsitzender werden Weil ich hier meinen Neidungen nachgehen kann Ich habe mich hier Angst vor ich das Menschen Und ich habe das Gefühl, dass es sich nicht mehr nicht mehr so hat Und ich habe das Gefühl, das nicht mehr in alle Hände Dass die Friseur hier auch nicht mehr so hat Weil ich mich gerade immer mehr so hat Und ich bin jemandem auf der YouTube